Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von einer App, die es ebenfalls schon länger am Markt gibt, nämlich der App Outdoor Active. Nach diesem Video sollt ihr für euch entscheiden können, ob ihr die Outdoor Active App oder auch die freie Gratis-Version von Outdoor Active nutzen wollt und ob ihr davon profitieren könnt, wenn ihr diese verwenden werdet. Deswegen verliehen wir jetzt gleich mal keine Zeit und starten in die Inhalte der App hinein. Starten wir erstmal mit der Gratis-Version, denn ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder einfach gleich mal das Geld für die Pro-Version oder die Pro-Plus-Version hinlegen möchte und zu den Inhalten dieser Version und zu denen kommen wir gleich. Deswegen schauen wir uns jetzt erstmal einfach die ganz normale Gratis-Free-Version an. Wenn wir auf die App klicken, dann erscheint erstmal eine Karte, so wie das bei den meisten Apps eigentlich üblich ist. Zuerst links unten. Da haben wir den klassischen Location Button. Jetzt habe ich gerade GPS deaktiviert, aber wenn ihr auf den drauf klickt und GPS aktiviert habt, dann kommt ihr zu eurem Standort, sofern das GPS-Signal dementsprechend vorhanden ist. Links drüber seht ihr den Pro-Button. Hier könnt ihr dann dementsprechend die Pro-Versionen erwerben und euch auch die Pro-Plus-Versionen anschauen. Und dann seht ihr im Detail, da können wir gleich mal draufklicken, was ihr da für Möglichkeiten habt. So, rechts unten auf der Karte, da sehen wir die verschiedenen Ebenen. Und in der Gratis-Version haben wir leider nur eine einzige Option. Wir haben zwar noch die Option mit der Lawinenlage und mit den Sperrungen bzw. den Hinweisen. Also da sieht man, wenn Wege oder auch Hütten gesperrt sind bzw. geschlossen sind. Eine Aktualität bzw. eine Garantie für eine Aktualität gibt es natürlich nicht, sondern da geht es eher nur darum, dass alles, was bei Outdoor Active eingereicht wird, dann dementsprechend übernommen wird. Außerdem können wir nochmal zwischen dem Stil, also Sommer- oder Winteransicht wechseln. Da ändert sich dann vor allen Dingen die Ansicht, wo es Skipisten gibt, wo die Lifte sind und so weiter. Wobei auch im Sommer sieht man eigentlich die meisten Lifte. Grundsätzlich ist das aber eine OSM-Karte. Also die wurde weder von der Outdoor Active Firma noch von irgendeiner anderen Organisation nochmal im Detail ausgearbeitet, sondern es handelt sich um eine klassische OSM-Karte, in der eben die Wege, die so bekannt sind in der Allgemeinheit, eingezeichnet sind. Es ist sehr, sehr schlicht, wie man OSM-Karten eben kennt. Sie sind darauf ausgelegt, dass man sowohl am Berg als auch über Straßennavigation sich halbwegs zurechtfindet und sie ist relativ einfach aufgebaut. In der Mitte oben sehen wir unseren Maßstab. Das finde ich immer extrem praktisch, denn so können wir immer perfekt einschätzen, wie weit eine gewisse Strecke denn tatsächlich ist auf der Karte. Dann sehen wir links oben den Kompass. Wenn wir da drauf klicken, dann können wir ganz genau sehen, welche Himmelsrichtung wir jetzt gerade schauen. Und wenn wir unser GPS eingeschaltet haben, dann können wir uns auch unseren Standort kopieren, was unglaublich praktisch ist, wenn man zum Beispiel mit der Problematik konfrontiert ist, dass man nicht weiß, wo man ist, aber man ist jetzt in eine Notsituation geraten und man braucht dementsprechend Hilfe. Rechts oben gibt es dann noch die Navigation. Die Navigation ist wahnsinnig praktisch, denn ich glaube, damit ist Outdoor Active eigentlich so richtig berühmt geworden mit ihrem Tourenplaner. Und der Tourenplaner, der funktioniert auch auf der App wahnsinnig, wahnsinnig gut. Wir können jetzt hier zum Beispiel in der Stadt Innsbruck bei der Hungerburg starten. Dafür halten wir hier einmal gedrückt und dann haben wir unseren ersten Wegpunkt erstellt. Und wir möchten jetzt auf, sagen wir mal, die Gleierspitze gehen. Wie kommen wir denn da hin? Halten wir jetzt nochmal gedrückt auf die Gleierspitze und dann haben wir Punkt Nummer B. Und der Punkt Nummer B, oder der Punkt B, zudem wird jetzt vom Punkt A eine Linie gezeichnet über die kürzeste Route. Und jetzt wollen wir vielleicht nicht nur auf die Gleierspitze, sondern wir wollen dann noch auf die Mandelspitze weitergehen. Und dafür halten wir hier jetzt gedrückt und sehen, oh, ja, stimmt. Hier sehen wir das erste Problem an der freien Version. Wer sich näher damit beschäftigen möchte, also wer weitere oder komplexere Touren planen möchte, der muss sich bei Outdoor Active auch anmelden. Wobei man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass man deshalb noch nichts bezahlen muss. Also es geht hier rein darum, dass man sich einen Account anlegt. Schauen wir hier erstmal, dass wir uns eine eigene Tour fertig planen. Hier können wir sagen, okay, ich möchte die Planung speichern. Ah, muss ich mich leider auch anmelden. Gut, das macht irgendwo Sinn, weil wo soll Outdoor Active denn die Tour tatsächlich hinterlegen? Das macht ja natürlich auch Sinn. So, wenn wir hier rechts oben in den Optionen schauen, dann können wir unsere Route wieder zurücksetzen oder auch quasi den Abstieg dazu. Also wenn wir umkehren klicken, dann haben wir von der Gleierspitze zur Hungerburg, sieht man. Und jetzt haben wir eben oben in der Ansicht sechs Kilometer, aber dafür 1438 Meter im Abstieg. Logisch. Und jetzt können wir hier im Tourenplaner noch viel mehr machen, auch in der Gratis-Version. Wir können zum Beispiel sagen, okay, wir wandern nicht, sondern wir machen eine Fernwanderung. Das ändert jetzt in dem Fall nicht so viel, aber wir können zum Beispiel sagen, Bergtour oder Hochtour. Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass das eine Hochtour ist, dann gibt er zwei Stunden und 19 Minuten für die geplante Zeit an. Wenn wir aber sagen, das ist ein Klettersteig, dann gibt er uns an drei Stunden und 14 Minuten. Er rechnet sich also aus, wie lange brauche ich denn unter gewissen Umständen für eine gewisse Route. Dabei unterscheidet aber Outdoor Active nicht, ob das Gelände tatsächlich denn dem entspricht, was man dem Programm jetzt sozusagen an Route vorgibt, sondern das Programm berechnet das einfach aus Höhenmetern und Kilometern und der entsprechenden Sportart. Das heißt, wenn ihr euch auf die Zeitschätzungen in der Outdoor Active App verlassen möchtet, dann solltet ihr unbedingt zumindest darauf achten, dass ihr den richtigen Modus Wanderung in dem Fall tatsächlich auch eingestellt habt. Dann sind wir nämlich bei zwei Stunden 13 und das ist eine ganze Stunde weniger, als der dementsprechende Klettersteig dauern würde, den es ja in dem Fall nicht mal gibt. So, aber gehen wir mal aus dem Tourenplaner raus. Speichern möchten wir sie jetzt vorerst mal nicht, denn wir sind ja nicht angemeldet. Und was können wir uns jetzt hier noch anschauen? Unten seht ihr eine Leiste mit der Karte. Das ist eigentlich so, ich sage jetzt mal, das Kerngeschäft von Outdoor Active. Aber wenn wir auf Entdecken drücken, dann kommen wir in eine riesige Welt, das könnt ihr euch vielleicht etwas aus dem Bergfax-Video sagen. Also wenn ihr das noch nicht kennt, dann unbedingt auch dieses anschauen, damit ihr einen Vergleichswert habt. Und wenn wir uns jetzt hier bei Entdecken umschauen, dann sehen wir hier ganz, ganz viele Touren, die von Usern, wie eben auch bei der Bergfax-App auch eingereicht werden und hochgeladen werden und dazu dann entsprechende Bilder und Beschreibungen angelegt sind. Diesen Wegen kann man dann dementsprechend nachlaufen. Da wird dann auch immer ein Track hinterlegt. Und jetzt schauen wir uns zum Beispiel mal den Wanderweg 11 von Sika nach Stickhorst an. Und da sieht man bei dem Bild unten rechts eine Zahl, also da steht sieben. Und wenn wir die mal anklicken, dann sehen wir die Bilder, die zu dieser Tour hochgeladen wurden. Sehr schön. Hier sehen wir dann eine Übersicht, 7,8 Kilometer, 121 Höhenmeter rauf, 130 wieder runter. Außerdem gibt es gewisse Möglichkeiten, die Tour selbst zu bewerten. Das ist natürlich subjektiv ganz klar, aber in dem Fall sagt der User, der das Ganze gemacht hat, die Tour ist mittelschwer, aussichtsreich, ist eine Streckentour und es gibt Einkehrmöglichkeiten. Und wenn wir hier auf Weiterlesen klicken, dann sehen wir eine Beschreibung dazu. Und wie auch bei der Bergfax-App ist diese Beschreibung vom User angelegt und da gibt es natürlich keine Garantie für irgendeine Vollständigkeit oder sonst was. Wenn wir dann jetzt ein bisschen weiter runter scrollen, dann sehen wir auch nochmal eine Karte mit einem entsprechenden Höhenprofil. Und wenn wir jetzt das Höhenprofil hier mal anklicken, dann können wir uns ganz detailliert anschauen, wie viel Höhe gewinnen wir in einem gewissen Distanzabstand denn dazu. Ergo, wie steil ist das ganze Gelände denn? Und hier gibt es dann eben auch noch die Details. Da können wir uns alles etwas übersichtlicher anschauen. Man kann sich eine Bewertung anschauen, wann diese Touren möglich sind. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, alles, 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 was ihr hier findet, ist subjektiv. Also wenn jemand sagt, diese Tour ist nur von Jänner bis März zum Beispiel möglich, dann ist das die Einschätzung desjenigen, der da diese Tour veröffentlicht hat und spricht jetzt nicht unbedingt der vollen Wahrheit. So, und das ist jetzt mal das zur Routenübersicht. Und wenn wir jetzt auf die Karte klicken, dann sehen wir das Ganze im Detail und groß. Wenn wir jetzt einmal in die Karte reinklicken, dann sehen wir es sogar noch etwas größer. Und jetzt können wir uns hier nochmal ein bisschen reinzoomen und sehen ein paar Point of Interests und sehen auch den genauen Routenverlauf. Klicken wir nochmal rein. Wie gesagt, oben sehen wir natürlich die Übersicht, wie viele Höhenmeter etc. Also das Wichtigste ist wirklich immer eingeblendet. Und wenn wir jetzt auf die drei Punkte rechts unten klicken, dann sehen wir drei interessante Funktionen mit Namen, mit denen man erstmal nicht so viel anfangen kann. Was das dann alles im Detail ist, das schauen wir uns dann gleich in der Pro-Ansicht an. So, gehen wir nochmal zurück, nämlich ganz zurück und schauen uns an, was Aufzeichnen eigentlich ist. Aufzeichnen, das bedeutet, dass wir einen Track selbst anlegen können. Denn wir müssen nicht nur, also wir können, wenn wir Touren reinladen, also hochladen wollen bei Outdoor Active, dann müssen wir das nicht über den Tourenplaner machen und dann eine Beschreibung anlegen. Das können wir, aber müssen wir nicht, sondern wir können auch einfach unseren aufgezeichneten Track, den wir über Outdoor Active aufgezeichnet haben, direkt verwenden, um dementsprechend einen Track anzulegen. Wenn wir jetzt hier auf Start klicken würden, wenn ich jetzt ein GPS-Signal hätte und so weiter, dann könnte man eine Wegstrecke ganz normal aufzeichnen, wie man das von der Bergfextouren-App oder auch von Sportuhren oder sonstigem kennt. Funktioniert ganz gleich. Wenn man da auf Stop drückt, dann kann man diese Aktivität dementsprechend speichern und als Tour zum Beispiel veröffentlichen oder auch einfach für sich selbst behalten. Wenn wir jetzt auf meine Seite klicken, dann sieht man hier in dem Fall gar nichts, denn schließlich haben wir ja keinen Account, sind also nicht angemeldet. Und hier im Menü, wenn man hier links oben auf das Menü klickt, dann kann man sich noch ein paar interessante Sachen anschauen, nämlich die Touren. Wenn wir nämlich Touren anklicken, dann filtert er uns die Karte nach Touren. Jetzt gehen wir vielleicht mal aus Bielefeld raus und gehen in Richtung Österreich, wo die Berge liegen. Und da können wir jetzt oben auf den Filter klicken und sagen, ich möchte die Kategorie ändern und möchte Touren gehen und ich möchte Bergsteigen und zwar alles, was Bergsteigen betrifft. Drücke ich einmal übernehmen, Filter anwenden. So, jetzt lädt das kurz und jetzt zeigt er mir da einige Touren an. Und wenn man hier jetzt die Tour ausgewählt hat, dann kann man zum Beispiel auch sagen, ich möchte zum Startpunkt hin. Das heißt, bitte mach mir eine Route dorthin. Dann habe ich zum Beispiel Anfahrt- oder Tourenplaner. Wie gesagt, dafür muss ich natürlich das GPS einschalten. Das Ganze funktioniert nicht nur mit Touren. Das Ganze funktioniert nämlich auch mit Hütten zum Beispiel. Die Hütten, die einem hier angezeigt werden, sind natürlich dementsprechend wieder nicht unbedingt hundertprozentig vollständig und nicht unbedingt hundertprozentig entsprechen die Öffnungszeiten, die man hier nachlesen kann, meistens auch dann der Realität. Ich meine zum Beispiel jetzt zu Corona haben viele Hütten eben geschlossen, beziehungsweise alle Hütten geschlossen und das ist jetzt hier nicht immer alles tagesaktuell, klar. Und das Ganze funktioniert dann auch noch mit Sehenswürdigkeiten. Das Ganze funktioniert dann, also da werden diverse Möglichkeiten eingezeichnet. Was man hier machen kann, das hier ist zum Beispiel eine Klamm. Dann gibt es hier Grotten, Höhlen und so weiter. Das ist ja alles eingezeichnet, besondere Aussichtspunkte. Also hier bietet die App wirklich einen gigantischen Mehrwert durch die vielen Inputs, die durch die User schon generiert wurden. Das Ganze gibt es dann auch noch mit Unterkünften, aber hier muss man ehrlicherweise sagen, da ist relativ wenig eingezeichnet, weil dafür wurde Autoactive eben auch jetzt nicht unbedingt berühmt, dass hier die Unterkünfte untergebracht werden. Aber zum Beispiel die Skigebiete, da gibt es wieder ein bisschen mehr Auswahl und da kann man sich dann wieder deutlich mehr verschiedene Skigebiete anschauen, aber auch hier wieder nicht alles vollständig, nicht alles drinnen, was drinnen sein könnte. So, und jetzt testen wir mal die Pro-Version. Schauen wir uns doch mal im Detail an, was man mit Pro kann. Achtung, es gibt bei Autoactive die Möglichkeit Pro und Pro Plus zu verwenden. Das sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe, aber dazu kommen wir gleich im Detail. Schauen wir uns doch zuerst mal das erste Feature von Pro an, nämlich die Informationen zu Hangneigungen. Und dafür gehen wir zuerst mal auf Touren, das heißt wir kommen in unsere ganz normale Kartenansicht und jetzt gehen wir vielleicht mal wieder in Richtung, wo wir eigentlich herkommen. So, und jetzt schauen wir uns hier unten an den Ebenen, schauen wir uns die Hangneigung an. Das ist hier bei den zusätzlichen Ebenen Hangneigung. Zack. So, das dauert jetzt ein bisschen und wenn man reinscrollt, dann sieht man, das funktioniert fabelhaft. Also wenn wir hier in Patschakofel zum Beispiel schauen, da haben wir nach Süden einen deutlich steileren Hang. Gut, das ist schon mal sehr praktisch, aber ist es das schon wert, die Pro-Version? Nein. Und was man nämlich auch noch verliert, sind Werbeanzeigen. Die Werbeanzeigen sind relativ dezent platziert bei Autoactive, aber trotzdem ist es ein nettes Feature, dass man die sich eben quasi von denen freikaufen kann. Jetzt schauen wir uns noch meine Seite an. Denn bei meiner Seite, da kann man bei Autoactive viele interessante Sachen machen. Hier kann man sich seine ganzen Touren und Planungen und Punkte und auch die Bilder, die man hochgeladen hat, nochmal anschauen im Detail und auch verändern. Man kann sich auch die Tracks nochmal anschauen. Man kann die Sachen teilen und veröffentlichen, die Touren, die man gemacht hat und gegangen ist. Es gibt auch einen Merkzettel, auf dem man sich dementsprechend Touren merken kann, die man vielleicht später nochmal machen möchte oder die einen interessieren und so weiter. Was ganz, was, was, was toll ist, ist der Zugang auf Offline-Karten. Das bedeutet, dass wir durch die Pro-Version, das funktioniert auch schon in der ersten billigeren Pro-Version, uns Offline-Karten speichern können. Hier im Kartenausschnitt, hier können wir oben rechts, neben der Suche nach Orten, Regionen und so weiter, auf so ein Download-Symbol klicken. Und dann können wir uns hier einen Kartenausschnitt aussuchen, den wir gerne herunterladen würden. Er zeigt uns unten rechts auch an, wie groß das Ganze dann im Endeffekt sein wird. Logischerweise, wenn ich den Kartenausschnitt insgesamt vergrößere, dann habe ich natürlich deutlich größere Datenmengen, als wenn ich hier einfach mal reinscrolle. Das ist natürlich wichtig für alle Leute, die über mobile Daten ihre Karten runterladen wollen. Und die werden dann, wie auch bei der Bergfax-App zum Beispiel, in allen Details angezeigt. Was die Pro-Version richtig spannend macht, das sind die verschiedenen Ebenen und verschiedenen Karten. Denn, wie ihr seht, sieht die Karte etwas anders aus, als die OpenStreetMap, die wir vorher gesehen haben. Man sieht jetzt nicht unglaublich viele Unterschiede, aber man sieht schon den einen oder anderen Unterschied. Ein spannendes Feature, was ich vorher schon angeschnitten habe, ist unter diesen drei Punkten, nämlich einmal Body Beacon und einmal Skyline. Was ist das denn? Also Skyline, das ist absolut interessant, denn mit Skyline wird eine Kombination aus der Kamera und dem GPS-Signal genutzt, um euch zu sagen, welche Berge ihr denn hier in der Umgebung gerade seht. Das bedeutet, wenn ihr auf einem Berg steht, dann könnt ihr Skyline aktivieren und dann könnt ihr mit der Kamera herumschwenken und im Bild wird euch angezeigt, welche Berge jetzt gerade im Bild sind und sie werden dementsprechend markiert. Ein wahnsinnig praktisches Tool, wenn man in einer Gegend unterwegs ist, bei der man keine Ahnung hat, in was für einer Region man gerade überhaupt unterwegs ist und was da umliegend so steht. Und vor allen Dingen, wenn die Gipfel auch nicht so markant sind, also wenn das jetzt nicht so Klassiker sind, die man am ersten Blick gleich erkennt, dann ist es absolut praktisch, wenn das geht. Body Beacon ist ein Sicherheitsfeature, das noch relativ jung ist bei Autoactive und da geht es darum, dass man seinen Live-Standort jemandem schicken kann. Also ich persönlich kannte das bis jetzt nur von der Sport-App Runtastic, da konnte man sich quasi auch live mittracken lassen und das mit Leuten teilen, aber Body Beacon soll mehr in den sicherheitslastigen Bereich gehen und dafür sorgen, dass man jederzeit weiß, wo der Kollege, der gerade am Berg unterwegs ist, sich gerade befindet. Das kann natürlich super praktisch sein, wenn er sich ewig nicht mehr meldet und so weiter. Aber Body Beacon ist eben auch sehr akkulastig und deswegen nutze ich es persönlich gar nicht. Toll an Autoactive an der Pro-Version ist, dass wir auch Zugriff auf Karten haben, die wir mit der Free-Version nicht kriegen. Gut, auf der Basis der Ebenen haben wir das schon geklärt, aber ich spreche auch von den Ländern. Zum Beispiel bekommen wir Topo-Karten für die Schweiz, die sogenannte Swiss-Topo. Aber auch amtliche Topo-Karten für Frankreich oder Großbritannien, die sind ebenfalls verfügbar. Und wenn wir uns jetzt beim Kartenmaterial noch die anderen Optionen anschauen, dann sehen wir, dass sowohl die Alpenvereinskarte als auch die Kompasskarte nur für Pro-Plus verfügbar ist. Ein großer Unterschied zur normalen Pro-Version, wenn man jetzt Pro und Pro-Plus miteinander vergleichen möchte, dann sieht man, dass es die Möglichkeit der 3D-Animation gibt. Das ist eine Sache, ich persönlich verwende sie manchmal, ich binde sie hin und wieder auch in meinen Videos ein. Aber ich sage jetzt so, super aufschlussreich war das noch nie für mich, ob eine Tour jetzt für mich machbar ist oder nicht. Ich, also es ist eine sehr, es ist eine Satellitenkarte, die quasi dann live verfolgt werden kann. Aber ehrlich gesagt sind die Details natürlich nicht so prickelnd, dass man jetzt sagen kann, okay, ich weiß jetzt ganz genau, was da auf mich zukommt. Außerdem sind natürlich auch die Verhältnisse nicht dementsprechend, was da jetzt auf der Karte passiert. Also das ist ein Feature, mit dem, ja, das kann man, das kann man verwenden. Ist aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, darauf würde ich mich verlassen und nur deswegen würde ich das Pro-Plus-Feature nutzen. Die Alpenvereinskarte, die Kompasskarte und von mir aus auch die Fahrradkarte, die sind definitiv schon mehr ein Grund dafür, sich für Pro-Plus zu entscheiden. Auch die Premium-Touren von Kompass und dem Schallverlag, die ebenfalls bei Pro-Plus dann nochmal eingeblendet werden, also quasi offizielle Touren, die nicht von Usern generiert wurden, sondern von einem Verlag ausgewählt wurden. Das lohnt sich natürlich auch. Wenn wir uns jetzt das Preismodell von Outdoor Active anschauen, was kann ich dann dazu sagen? Pro, die Standard-Pro-Version kostet 2,50 Euro pro Monat. Die Pro-Plus-Version, die kostet 5 Euro pro Monat. Das bedeutet, dass sie einmal 30 Euro und einmal 60 Euro im Jahr kosten. Vergleichen wir das jetzt mit der Bergfextouren-App, dann ist das richtig, richtig viel Geld. Denn die Bergfextouren-App, die kostet nur wenige Euro im Jahr und hier sind wir halt doch bei zweistelligen Beträgen pro Jahr und man muss eben wissen, ob es den Mehrwert gibt, auf so eine App umzusteigen, wenn man zum Beispiel die Bergfext Pro-App schon nutzt. Persönlich kann ich sagen, dass die Pro-Version für 2,50 Euro im Monat definitiv ihr Geld wert ist, weil man dafür viele Möglichkeiten kriegt, die man mit der Basic-Version, die kostenlos ist, eben nicht hat. Aber, und da möchte ich jetzt ein großes Rufzeichen davor setzen, Outdoor-Active hat die Funktionen der eigenen App unfassbar beschränkt, was den Gratis-Zugriff betrifft. Und das hat Bergfext eben nicht. Bergfext hat viele Funktionen in der kostenlosen Version, die die Outdoor-Active-Basic-Version eben nicht bietet. Dafür bietet Outdoor-Active in der Pro-Version deutlich mehr als die Pro-Version bei Bergfext. Das bedeutet, wenn man Geld ausgeben, wenn man sich sagt, okay, Geld spielt keine Rolle, ich möchte die bestmögliche App, dann ist man bei Outdoor-Active wahrscheinlich besser bedient. Wenn man sagt, ich möchte aber eigentlich nicht wirklich Geld für sowas ausgeben oder so wenig wie möglich, dann hat Bergfext zum Beispiel den deutlich besseren Umfang. Denn die Basic-Version von Outdoor-Active ist so stark beschnitten, dass mit einem Account die Tourenplanung zwar möglich ist, aber alleine die Tatsache, dass man nur eine Open-Street-Map bekommt, alleine da ist Bergfext schon dem Ganzen weit voraus. Denn da bekommt man zwar eine Open-Street-Map, aber mit vielen Details von Bergfext. Und hier bekommt man nur sehr, sehr wenig, beziehungsweise eben die klassische Outdoor-Karte, die aus Open-Street-Map kommt. Das sehe ich als großen Kritikpunkt an Outdoor-Active. Schließlich hätte man sich hier schon dazu entscheiden können, dass man auch für kein Geld quasi schon sehr viel Qualität anbietet. Und in dem Fall muss ich ehrlicherweise sagen, wer Outdoor-Active als einzige App nutzen möchte, der wird um das Pro-Modell nicht drum herum kommen. Und das sind 30 Euro im Jahr, die man sich eben leisten wollen muss. Also wenn man das wirklich machen möchte. Mit der Gratis-Version, finde ich, kann man eben nicht so viel anfangen wie bei der Bergfext-App. Und deswegen kostenlos. Dann wird es besser die Bergfext-App. Wenn man bereit ist, das Geld zu bezahlen, sollte man sich die Pro-Version von Outdoor-Active ansehen. Das war jetzt auch so ein bisschen ein direkter Vergleich mit der Konkurrenz. Aber gerade bei den Apps ist es wichtig, und gerade wenn es ums Geld geht, ist es wichtig, die Apps miteinander zu vergleichen. Outdoor-Active ist ein riesiges Universum an Inhalt. Also mit Outdoor-Active kann man sehr, sehr viel machen, aber es ist eben auch sehr, sehr viel User generiert. Und die Frage ist, bin ich bereit, für etwas zu bezahlen, was von anderen User, die in Zweifel auch dafür bezahlen, ob ich darauf Zugriff haben möchte, ob ich bereit bin, dafür zu bezahlen. Und wenn man sagt, ja, das ist mir wert, dann kann man mit gutem Gewissen da gerne zugreifen. Prinzipiell funktioniert die App sehr gut. Sie ist sehr genau, sie ist sehr schnell, aber sie ist eben auch am ersten Moment sehr überwältigend. Gerade wenn man in die Pro-Version einsteigt. Die App hat sehr, sehr viele Funktionen, ist aber an vielen Stellen einfach nicht vollständig. Also bei den Hütten, bei den Skigebieten, bei Ferienwohnungen etc., da bietet die App zwar Funktionen an, aber diese Funktionen sind eben nicht vollständig. Und das sehe ich schon als Problem, denn dann biete ich besser Funktionen nicht an, bevor ich einen so großen Mangel an Informationen anbiete. Gut, aber das ist subjektiv. Ich hoffe, ich konnte euch einen möglichst guten Eindruck von der Outdoor Active App bieten. Das war jetzt ein etwas längeres Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt und dem Video einen Daumen hoch gebt und unseren Kanal abonniert. So verpasst ihr in Zukunft keine weiteren Inhalte. Wir werden uns auch in Zukunft immer wieder mal mit Apps beschäftigen. Jetzt haben wir die zwei großen Brocken Bergfex und die Outdoor Active App abgearbeitet und jetzt können wir uns dann auch mit den kleineren Anbietern beschäftigen, die vielleicht kostenlos sind und so weiter. Wie immer wünschen wir euch bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit und bergheil.